So, wir besiegen einen Almutron. Vielleicht kommt da ein Rathalos, ja. Weiß ich nicht. Nein, jetzt tun wir erstmal Almutron, kein Rathalos. Ja, noch ein Rathalos. Na, weiß ich nicht. Na ja, wir können doch mal gegen meinen Kater kämpfen, ne? Na ja, gegen den verlieren wir alle. Können die Almutron vielleicht... Ich glaub, der will uns zerkratzen, du. Bevor drei Kerle kommen auf einmal an und wollen den hier streicheln und so. Der wird durchdrehen. Urlaub, ey. Er wird auch Urlaub. Ja, genau. Der sitzt schon wieder hier bei mir an der Tastatur. Ja. Ja, schönes Film bist du. Na, der Almutron ist auch ein schönes Film, gell? Hm? Der Almutron auch. Der Almutron ist hässlich, sein Schleim ist ekelhaft. Ekelhaft. Also, die scheine Spinne hat mich verbrannt. Er ist sicher, man dachte, er bleibt stehen. Wenn er dich genau auf den Schädel hauen können, oder? Au. Das hätt's weh dann können. Das hätt's weh dann können. Ja. Der ist auf jeden Fall betraut. Wenn es irgendwie ein bisschen ist. Aber ich schaue noch. Ich muss selber schauen. Wer? Ja, aber Syrah, 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 Syrah. Syrah, 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 Syrah. Nicht zweimal getroffen. Seine Barthower sind schon ab. Seine Barthower sind schon ab. Seine Barthower sind Schleim. Das, was sein Gesicht hat, sind Barthower, die Schleim. Das ist Barthower. Das ist Barthower. Wenn Männer niesen, dann haben sie auch Barthower. Au. 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 Ah ja, jetzt mal die Lanzen im Arsch, die ist schon bei Geld, what the fuck? Hört ja gar nichts aus. Der ist die Knochenlanze, die hält echt gar nichts aus. Reiner Goldschlamm. Ganz rein. Nein, ich muss die Anpost auf jeden Fall wegziehen, glaube ich. Perfekt, ich hab dann auch noch einen Schuss nur. Aber ich muss dann schauen. Dann tu das, Judas. Ich muss die Anpost auf jeden Fall wegziehen. Ich muss die Anpost auf jeden Fall wegziehen. Ah, leck. es bleibt verstehen ich will nicht den foto modus ich mag schlafen so 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 ich nehme all of me ich nehme die immer mit weil die easy as fuck is man läuft ja so oft an honig dran vorbei wer kann ja noch einmal hat noch anfühle ich ich habe keine spinne und ich habe keinen hund der spiel suchen könnte da kommt rathen und da geht rathen vielleicht kann ich ja noch mal auf ein fisch halten ist rathen ist noch da wauw mit dir dein gesicht au, das war mein gesicht dann sehen wir uns dann beim nächsten fisch es ist alles wie immer nur halt anders am zipfel was mit dem zipfel? nix okay ich will sie nicht helfen ui ein fehlmann sehr spannend werden die dann schock gefahren? sicher ist der ass die schauen schon richtig nach scheiße aus ach so das ist das lied das haben wir schon gesehen haben auf dem büdel okay wer soll es denn sonst haben? ja auch im ladebildschirm meine neben dem golem ist das nämlich ach so nein neben dem golem ist das vier auch im ladebildschirm ja lockende sirene aurora kamt also brauchst du eigentlich nur schauen auf dem ladebildschirm wie das nächste kommt haha so er sehe gleich deine nähe dann gehen wir zu fuß echt schlimm hallo tlk da ist er ja schon er singt ein lied für mich und dann frage mich ob er sterben gehen will ja wie klar ist der winter weißt ich hab einmal draufkord er ist ja verwirrt ich hab einmal draufkord er ist ja verwirrt ich hab einmal draufkord war er schon verwirrt also 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 dann heile ich mich einmal auch rt schaden verstehe ich aber es macht sehr scheiß viel schaden bist du dort ja ich weiß gar nicht wieviel als wenig ich hab ha also muss er thomas einkaufen gehen was er gesagt hat oder was ja ja einfach mal gesagt ich muss jetzt weg ganz schlechtes time und was soll ich jetzt wo wir gerade angefangen haben jetzt haben wir fertig machen das haben wir lassen dann muss noch einmal kurz damals so fahren da war dann bin ich das video ich kenne eine religiade um das ja